Draußen verändert sich was. Ein Sturm zieht auf Harry. So wie letztes Mal. Das Ministerium für Zauberei möchte etwas bekannt geben. Dolores Umbridge wird sich als Großinquisitorin mit dem sinkenden Niveau an der Hogwarts-Schule befassen. Es steht um Hogwarts noch viel schlimmer als von mir befürchtet. Schluss! Man hat euch erzählt, dass ein gewisser dunkler Zauberer wieder sein Unwesen treibt. Harry. Das ist eine Lüge. Ich habe ihn gesehen, es ist wahr. Herr Minister, die Anzeichen für die Rückkehr des dunklen Lords sind unbestrebbar. Er ist nicht zurückgekehrt. Dolores Umbridge hat Albus Dumbledore als Direktor von Hogwarts abgelöst. Mann, oh Mann. Der dunkle Lord kommt näher. Er will seine Armee wieder aufstellen. Wenn Voldemort eine Armee aufstellt, dann muss ich eben kämpfen. Jetzt ist dein Augenblick gekommen. Dieses Jahr. Bilden wir so eine Art Zaubererarmee? Wenn die das können, können wir es auch. Wird sich eine Schreckensherrschaft erheben. Ich werde für Ordnung sorgen. Und eine Rebellion. Da handelt sich das Ministerium einen echten Aufstand ein. Wird beginnen. Irgendwie aufregend, nicht, dass wir die Regeln brechen? Wer bist du und was hast du mit Termine angestellt? Von Warner Brothers Pictures. Kämpf nicht gegen ihn. Du kannst nicht gewinnen. Los, sieh mich an! Du verlierst alles. Ergreif sie! Expelliamos!